Denn nachdem Cora in den wenigen Tagen, die sie im australischen Busch verbracht hatte, für eine Menge Schlagzeilen gesorgt hatte, sprach sie den entscheidenden Satz und brach ab. Doch diesen Schritt bereut die 47-Jährige jetzt. Es ist nicht alles so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt hatte, sagt die Blondine in einem Interview gegenüber Bild. Dabei habe sie große Pläne gehabt, sei mit Ehrgeiz ins Camp gegangen und wollte sich jeder Prüfung stellen. Ich hatte Bock auf die Prüfungen, erklärt sie weiter. Doch daraus wurde nichts. Ganz im Gegenteil. Nach drei Tagen war ihr Aufenthalt in der Unterhaltungsshow beendet. Ich bin ganz ehrlich. Ich habe viel geweint, weil ich das Gefühl habe, versagt zu haben, gibt sie zu. Aufgrund ihres frühen Endes stellt sie jedoch jetzt eine Forderung an den Kölner Sender. Denn Cora will nochmal in den Dschungel und hofft auf eine zweite Chance. Vielleicht sollte ich eine neue Chance bekommen, vielleicht mit einer längeren Quarantänezeit, um sicher zu gehen, dass ich gesund bleibe. Ich würde es sofort wieder machen, bettelt die Ex-Schwägerin von Motorsport-Legende Michael Schumacher, 55, schon bei. Allerdings betont sie weiter, dass sie zu krank für die Sendung gewesen sei. Zudem sei es zu schwer zu akzeptieren gewesen, dass ihr Körper sie im Stich gelassen habe. Die Spott-Kommentare, die ich erhalte, verletzen mich tief und beeinträchtigen mein Selbstbild. Viele Leute haben mir nicht geglaubt. Und ich habe das Gefühl, sie alle, aber das frühere Erotik-Model wisse mittlerweile auch, was sie anders machen würde. Das letzte Mal fühlte ich mich geschwächt und nicht bei voller Kraft. Das war nicht wirklich ich. Ich war emotional sehr anfällig und mein Gerechtigkeitssinn kam stärker durch. Was mich anfälliger für die vielen Herausforderungen machte, gibt es nicht.